Oh, unglaublich! Der schmeckt gut! Ja? Hast du geholt? Welchen hast du geholt? Ich hab mir den Odin geholt. Den Odin? Sehr gut, sehr gut. Der schmeckt gut. Der ist auch nicht so süß. Ja, also hast du den normalen geholt? Den normalen, den originalen. Wir reden hier von Buttermilch. Buttermilch, natürlich. So, wie ist das denn jetzt? Wie ist das denn im Thema Hausbau? Wie ist denn da jetzt der Plan? Ja, bau was. Wieso? Ich muss natürlich... Oh, ja! Gefahr! Gefahr! Äh, ich hab bloß die Gefahr gemacht. Ich such grad Blumen, also... Ich mach mal was zu essen. Ähm... Ja? Ich mach mal ein paar Bretter. Ist die Frage, woraus soll das Haus werden? Welches? Ich glaube, Bretter ist ganz gut, weil es war ein erstes, ja, einfach aus dem Bretter, dass wir was Einfaches haben. Holz oder Stein ist alles einfachster. Oder Dirt, das gibt's auch ganz viel, hab ich gehört. Aber sieht nicht so schön aus, glaub ich. Nee, ich glaube, lass uns Holz... Einfach normale, ähm, Timber oder normales... Äh, Woodlock? Ich hab jetzt Bauholz gemacht, also Timber. Timber, hast du... du kriegst ja 5 Timber aus einem Wort. Ja, aber ich hab 800 Woodlock. Ja, aber... ja, ist egal. Na gut, ich frag ja nur. Ästhetik, wie du willst. Kann sich jemand schon mal Türen bauen oder so? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Höhe der war. So, 3, 4, 5... Türen... War das 5 oder 6 hoch? Warte, 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 warte... Jetzt warte doch mal! Ja, ja, ja! Alter Tricky, warte doch mal! So... Geht nicht, da ist ne Kiste im Weg. Äh... Was willst du? Ne, da ist keine Kiste im Weg. Ich glaube, das Problem ist... Es ist... Jetzt da ganz, ganz oben... Au! Au! Eins runter? Eins runter? Ja. Ah! Da fehlt so ein... So ne Struktur. Ach, ich fühl wieder Hunger. In der letzten Kiste ist Essen drin. Ich hab nur ein bisschen was... Okay. Aber es bringt ja voll was. Die Barbären! Der letzte... Ja, ich hab gekochtes Essen gemacht. Ach, in der letzten Kiste hier. Ja. Äh... Oh, guck mal. Wir haben sogar ne Müll... Wir haben sogar... Müll! Eine Müllhalde hier. Das ist doch super. Guck mal. Wuhuu! Oh! Oh! Ist die... Ach, ne. Wie... Wie willst du das bauen? Hast du nen Plan? Na, erstmal... Erstmal bloß so... Provisorig. Erstmal ein... Ein Gerüst rum. Also das heißt aber... Du baust jetzt aber die... Wir können ja den Spieler nochmal aufmachen und dann Treppen nach oben machen. Okay, weil du hast jetzt nur den Hintergrund gebaut. Jaja, da... Da hast du mir quasi... Ähm... Mach hier kurz... Zumachen können. In der Luft kannst du ja nichts bauen. Ähm... Ne... Ne... Weg! Ah! Ja, nicht ruhig! Ein bisschen ruhig! 1, 2, 3, 4... Ist das... Ist das dein Ernst? Hä? Ist das wirklich... 1, 2, 3, 4... Nein! Es ist genau... Einer zu hoch. Hm... Das heißt... Ja, es ist genau einer zu hoch. Das heißt, alles nochmal eins abreißen oder wie? Naja, wir können es auch doppelt lassen. Aber das ist wegen Holz sparen, ne? Ja, natürlich. Nur wegen Holz sparen. Ja, ja, genau. Also Holz sparen. Holz ist so eine Mangelware auf diesem Spiel. Auf diesem Spiel vor allen Dingen. Wie viele sind das jetzt da? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Boah, dieser Planet geht mir auf den Geist. Hä? Warum? Zu viele Monster. Was ist das normal in so einem Spiel? Keine grünen Blumen. Wieso brauchst du grüne Blumen jetzt da? Äh... Weil ich mich vertan habe. Man braucht grüne Blumen für die Blöde. Die Bieskies kann doch... Ist aber ein komisches... Blödes Crafting jetzt erzählen. Was soll ich sagen? Ähm... Die... Das Feuer steht im Weg. So. Hä? Was denn? Wo ist das wissen? In der letzten Kiste. Und der direkt hier vor der Tür. Ach, das ist Popcorn. Ich dachte, was ist das? Oh, das ist richtig. Ich habe kein Holz mehr. Nein, nein. Nein. Oh, erstmal ganz viel. Ja, das ist... In Schnelldurchlauf. Oh... Haben wir Glas eigentlich schon? Oh, da muss man grüne Farbe mischen. Kann das sein, dass du grüne Farbe mischen müsst? was gelb und roh und blau? Ja, könnte sein. Haben wir Glas? Kann man Glas herstellen? Ja, mit Sand. Haben wir Sand? Ich hatte welches, ja. Das heißt, das müsste irgendwo sein, wenn du sagst, Nee, ich hab's im Inventar, glaub ich. Sehr gut. Wir müssen die Kisten mal aufstellen. Pass auf, wir stellen mal die Kisten auf. Ja, ich hab genau 14 Sandblöcke im Inventar. Ey, das wird's an hier. Weil wir noch keinen Sand gefunden haben, so wirklich. Ja, wir müssen mal gucken. Also. Ja, was ist denn hier los? Dieses Inventar. Also, da ich keine grünen Blumen finde, komm ich mal zurück, dann muss ich das wahrscheinlich echt mischen. Außer, ich sterbe jetzt hier mal wie... Ja, natürlich, sterbe ich jetzt, ja. Ach, Chucky. Damit sind doch die letzten 14 Sand weg. Schworen Sie schon wieder. So, da haben wir hier schon mal ein paar Kisten, wir haben... Hallo. Haha, guten Tag. Schönen guten Tag. Ach, er macht Licht. Das ist ja ne gute Idee. Ich komme wieder. I'll be back. Kann man ein bisschen sortieren, weil das Problem ist, dass wir hier unten einfach viel zu wenig Platz von dem ganzen Kram haben und wir müssen auch mal ne Sortierung irgendwie aufbauen, wo was genau ist von dem ganzen Kram, weißt du? Ich geh noch ein paar Samen. Ja, ja. Samen? Samen? Hast du noch so ne Saatgutkiste? Ich hab jetzt... Eine Samenbank. Was? Haha. Also für dein Volk ist das bestimmt eine Samenbank. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ähm, ich hab jetzt hier mal was in die Kiste reingelegt, was noch so ist. In die Essenskiste. Wie ist das denn? Wir konnten noch irgendwo auch richtig kochen. Richtiges kochen. Ja. An der Kochstation. Ich glaub, die musst du erst erfinden. Ich muss die Kochstation erst erfinden? Ja. Hier finde ich ne Kochstation. An der Erfinder-Table. Ah, Erfinder-Table. Foraging-Table? Ne. Äh, wie hast du das denn? Wir haben noch nichts dafür. Wir brauchen Upgrade dafür. Äh, da brauchen wir Tungsten-Bars, Glas- und Silber-Bars. Mhm. Moll-Frau. Aber guck mal, wir haben doch... Ich glaub, ich weiß nicht, wie viele Tungsten wir haben. Unser Essen wächst doch. Ja, stimmt. Du musst... Die Atmen sind perfekt für irgendwas. Du musst den, den, äh, Erfinder-Tisch auf Stufezei aufrüsten oder so. Hast du das lesen können? Ja. Äh, Deutsch? Ja. Interessant. Siehst du meins nicht, wenn ich hier... Doch, doch, aber das ist alles in Englisch, aber das ist bei mir alles... Warte mal. Äh, jetzt geht das... Okay, jetzt geht das komischerweise nicht mehr. Das ist bei dir jetzt auch wieder auf Englisch. Bei mir ist auch auf Englisch, weil Steam auf Englisch ist. Ah, jetzt. Aber ich glaub, es hat noch ne deutsche Übersetzung. Äh, nur ne Mod. Äh, nur ne Mod. Ach so. Na gut, dann... Was sagt das Inventar? Das Inventar muss noch weiter leer. Da ist noch viel, viel Crap drin in meinem Inventar. Guck mal, wer da wieder da ist! Wer kommt uns denn da besuchen? Kann ich... Kann ich mal ganz kurz fragen, warum ich Lava in einem Inventar hatte? Sag mal. Ähm... Mal. Ja? Wo ist denn der grüne Farbstoff, bitte? Ich... Filmisch veräppelt. Oh! Das kommt direkt auf uns zu! Wieso haben wir Giftproben? Das muss so! Kann es sein, dass man dafür auch den... Ne? Ja? Haben wir Tanksten? Gut möglich! In irgendeine der Kisten? Ach so. Ich hab jetzt relativ... Willkürlich alles irgendwo rein sortiert. So da nicht. Mach. Und den hier unten können auch noch sein. Silver Bars... Ah, da Tanksten. Herz. Nein! Ich verschmelz das mal alles. Mach das mal. War auf diesem Planeten Tankstens? Keine Ahnung. Ich hab noch keins gesehen. Wir waren noch nicht so weit. Achtung, da unten war ich hab dich gesehen. Da unten bist du... Ah... Ähm... Soll ich dir folgen? Was bist du denn? Bist du hier unten? Gibt's da unten was? Könnte man da weiter erkunden und so? Ach, nö. Na gut, dann nicht. Aber das ist gut für einen Brunnen. Das ist so'n... so'n kleines... Ön-System. Oh! Hier ist Metall... Ah... Oh! Oh, Geld! Mach ich mal ein bisschen... My bad. Es gibt eine kleine und eine große Wasserkammer. Wenn ich sparen... ja, eben, genau. Weil wenn wir... die Sache ist, wenn wir es nämlich hinkriegen, dass wir das bewässern können, dann können wir auch zweischichtig zum Beispiel... Aber das regnen wir die ganze Zeit von daher. Ja, aber das Problem ist, wir können das nicht überdachen. Das heißt, da sind immer Gegner. Ja, ja, ja. Und wenn wir es hinkriegen könnten, das zu überdachen, könnte man zum Beispiel zwei Ebenen voll Essen machen. Äh... Joa... Du hast das ganze Holz dabei, ne? Jaaa... Okay, dann hake ich kurz, weil ich das... Warum? Wofür? Für die Kanne. Oh, hier ist Kohle. Timberl. Ja, das könnten wir auch gebrauchen. Ja. Und hier, was ist das für ein komischer Boot? Ich glaube, Kohle haben wir genug. Na, wir haben jetzt gerade 100 verbraucht, um hier hinzukommen. Achso. Ja, stimmt. Was ist das für ein komischer Boden? Ein Boden. Ja, aber das sieht so aus, als wäre hier irgendwie was... Ist das Sand? Oh, das ist Sand! Ne, das ist Silt. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Loser Schlamm. Loser Schlamm? So sieht aber kein Schlamm aus. Äh... Ähm... Wups. Ah, ups. Mal gucken, was hier... Da müsst ihr auch ressourcen, mein Freund. Okay, was? Entdecke! Also nein. Was bist du? Äh, was ist das? Was bin du für ein Katzengeist? Es ist egal, was es ist. Es muss sterben. Äh, wo ist es hin? Es ist tot. Es ist tot. Bist du tot? Was denn? Es ist tot, Jim. Er ist tot, Jim. Oh, da ist es. Er ist tot. Wuhu! Gerade so. Es kam direkt auf mich zu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das? Oh, oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nix, nix. Chucky, brauchst du nicht runterkommen. Es ist nix. Äh, es ist nix. Wirklich nix. Voll die Hightech-Anlage hier. Es ist nix, es ist nix. So ein halbes AKW. Oh, ne, da geh ich nicht nach. Wieso nicht? Oh, was ist das da oben? Es sieht scharf wie ein Radar. Es ist ne... Oh! 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 Äh, ist nix, ist nix, ist nix. Ähm... Hier ist gar nix. Okay, er braucht... Also, Chaos hier nicht hinkommen. Tricky, also definitiv nicht. Was? Ne, 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 ist nix. Ne? Ne, 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 ist nix. Wie platziere ich denn das Wasser, was ich gesammelt hab zum Teufel? Mit Kuh? Oh ja! Killerschnicken! Oh, die bringen Essen, das ist ja ganz gut. Hä? Was denn? Ich hab Wasser in der Tasche, aber ich kann's nicht platzieren. Äh... Ich hab... Keine Ahnung, wie man Wasser platziert. Ich hab... Schon wieder so ein Katzengeist. Ach, fuck! Was denn? W-W-Star-Bandwecky.de Ich hab' das so vorgestanden gegriffen, das gibt's dich wahr. Ach, ist ja wieder typisch. Was bist du denn? Da... Hm... Ach, tricky. Ah, es kommt doch weg auf euch zu! Es kommt doch nicht zu? Ja, das geht... Der ist... Vieh! Auf keine Zeit muss ich mich eincremen. Ich muss mich mit der Haut kümmern. Ja. Das ist so anfällig unter Tage. Ja. Die, 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 die... Das musst du, wenn... Das musst du, wenn... Das musst du, wenn... Der Throne sagen unter uns. Warte, wer muss das sagen? Ich. Weil ich Floraner bin. Die Dunkelheit tut mir nicht gut. Ich bin auch Floraner! Guck, ich bin eine Blume! Ihr habt beide ausgegrenzt als Mensch. Du bist doch... So ein Fake-Floraner bist du. Ich bin mit zwei Blümchen unterwegs. Ich bin... Das... Hallo? Ich fühle mich wie eine Blume! Dann kannst du ja auch nicht sagen, dass ich keine Blume bin! Ich bin ein echtes Blümchen! Ah, jetzt übrigens Sand, übrigens. Wir brauchen Sand für Glas. Weil für eins der Upgrades brauchen wir auch Glas. Ja, ja, ja. Ja. So. Nur weil ich... Nur weil ich äußerlich keine Blume bin, heißt das nicht, dass ich mich nicht als Blume fühlen kann! Meins ist... Gibt's da wieder so... Gender... Das ist... Das ist eben die nächste Stufe, weißt du? Oh fuck! Ohne Hintergrund geht das nichts platzieren, deswegen... Wasser? Ja, das läuft weg. Im Hintergrund. Ja, ja. Durchaus. Durchaus. Ne, macht ja Sinn von einem Spielwelt-Standpoint aus. Ja. Ja, dann funktioniert mein Brunnen nämlich auch. Sehr gut. Hast du Wasser gesammelt, äh, Sand gesammelt, Tricky? Ja. Das hoffe ich für dich. Wieso? Nur so! Hm? Und Ressourcen! Ja, ja. Ressourcen. Ressourcen. Uh! Katzegeist! Katzegeist! Und Killerschnecke! Das war gut! Das war jetzt gut! Das war jetzt gut! So, jetzt ist es sicher! Apropos sicher! Ich hab keine Heilkräuter mehr? Hm. Doch, hab ich noch! Was findest du denn, Spiel? Ah, ich hab keine Fackeln mehr! Dankeschön, trotzdem! Mal wieder Fackeln basteln! Oh! Also ich wollte sagen, das was Tricky gesagt hat, ist bei der Weh Unsinn, man muss die Kanne nicht auffüllen. Was? Was hab ich gesagt? Dass man die Kanne auffüllen muss. Wie? Du stirbst gerade, hast du noch Essen dabei? Äh, glaube nicht. Bisschen was hab ich noch dabei, was? Hast du noch ein Feuer oder sowas? Ja, hab ich. Da könnte ich mal schnell zwei Fleisch braten. Oh ja, Fleisch braten ist immer gut. Ich hab auch nicht mehr so viel Essen, ich hab noch eine gekochte Möhre. Ich kann bloß jetzt zwei Fleisch machen, aber... Ja, mach, mach, mach. Dann hast du schon mal wieder was. Da vorne ist schon wieder so eine Killerschnecke des Todes. Killerschnecke. Oh, nein! Sehr gut. Nein! Ah, uh! Tschüss! Nein, fuck! Ich fass nicht! Nein! Was tut ihr schon wieder? Meine Bütze. Nein! Nein! Spring doch da drauf, ihr habt doch extra einen Weg hochgebaut in der Nase. Ja, wollte ich auch aber die... Killerschnecken. Bogengeist! Oh, Mann! Das war ganz lustig, weil ihm wieder Sand hier entgegengefallen ist. Das war ganz lustig. Ja, und dann die ganzen Killerschnecken da rauskamen. Ja, super. Ah, das hatte was. Ah... Oh! Ich hab was gefunden in der Wand! Ein... Ein... Was ist das? Ist das ein... Das ist ein... Ein... Eine... Ein Fossil! Könnte man die irgendwie absammeln? Äh... Oh, du hast einen... Einen Pinsel dafür, ja. Nein, ich hab keinen Pinsel. Na gut. Oh, dann haben wir Knochen. Knochen brauchten wir... Ach, nee, brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja Leute verärgert. Ich vergaß, da war was. Das ist mir zu gefährlich hier. Kehlerschnecken. Ja. Oh, ich hab keinen. Oh, da komm ich wieder weg. Oh, da komm ich wieder weg. Kehlergeister! Au! Hehehehe. Was ist denn? Komm! Komm! Blub! Ah, danke! Bitte! Hä? Was ist das? Was denn? Oh, nix. Eine Kakaalacke. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Oh. Sehr guter Leder. Oh, guck mal! Eisen! Und Sand, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. So ein bisschen. Oh, ich seh noch was. Das ist so. Das ist wie auf das Geld stürzt. Ja, das würde uns mal das Leben retten. Ja, natürlich. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Licht nicht aufmachen. Warum graben wir uns eigentlich hier durch und gehen nicht den Weg, der noch offen war? Ich weiß es nicht. Ah, ja. Ähm. Oh, oh. Oh. Katzengeist. Katzengeist. Hahaha. Triff ich nicht. Oh, da unten ist was. Siehst du das? Was? Wo? Ah, cool. Ja, das auch. Und da ist noch Eisen unter dir. Und da unten ist eine Struktur. Rechts. Oh, tatsächlich. Ja. Oh. Aber bisher habe ich noch keinen Langsten gefunden. Irgendwie sowas. Ich guck mal hier unten. Guck mal. Gleich gescheitert. Sterbend. Chucky, was macht die Butze? Die was? Was macht die Butze und das Essen? Ähm. Das Essen. Ah, könnte ich mal vereintet werden. Hä, was ist das da? Außer zumindest haben wir jetzt mal ganz viele Möhren. Das ist schon mal gut. Das... Wer braucht da? Silbererz gefunden. Oh, sehr gut. Silbererz ist super. Brauchen wir bestimmt auch für irgendwas. Oh. Äh. Silbererz. Meins. Kohle. Grund ist gut. Meins. 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 Kraw. Kraw. Ne, warte. Äh. Fotosynthese. 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 Ja, es war provisorisch, alles. Au, au. Hab ich richtig ausgehabt. Ah. Naja, wir haben jetzt, ich hab das jetzt erstmal noch offen gelassen, damit der Glas dann hinter kann. Glasverschwendung. Okay. Wieso Glanscheiben? Damit wir ein bisschen was sehen vom Hintergrund, damit das... Ja, es geht auf Fenster. Also, das finde ich schon schöner. Ja, mein ich doch, das ist doch... Aber das ist doch aus Glas. Ja, aber das sind keine Scheiben. Achso, nicht nur die einzelnen Scheiben, sondern mit Rahmen und so. Wir haben eh keinen Sand, von daher. Doch, haben wir doch. Ja, dann. Ich hab keinen Sand. Oh, hi! Verdammt! Ich weiß. Ja, ich würd sagen, es geht gut. Ähm. Verdammt. Ah. Da war doch die Arbeit ganz umsonst. Nö, 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 nö. Doch, doch. Äh. Äh. Au! Und... Kram halt. Also könnte man die Sachen noch upgraden damit. Ja, ja. Aber Eisen müsste auch nicht mehr so viel sammeln. Da haben wir, glaub ich, auch ein paar Sek. Also wir brauchen eigentlich... Tunkse? Momentan ein bisschen, aber nicht so viel. Twiggy? Hm. Und dann weiß ich grad nicht, was das nächste Tier ist. Ähm. Ich bin unsichtbar. Fotosynthese. 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 Ich bin so langsam wieder nach oben. Ich hab nichts mehr zu essen. Ja, ich auch nicht. Expedition beenden. Ja, Expedition beendet. So, wo ist der Ausgang? Äh. Äh. Alter. Ich glaube, das war der Sandsturz, der hier passiert ist. Ach so, ja. Ach ja, hier hab ich nochmal Fleisch gegessen. So, soll ich das mal lieber mitnehmen wieder? Ja, kannst du mitnehmen. Guck mal, hier ist noch ganz viel Raum, den wir noch nicht erkundet haben. Ach, das ist noch Katzengeist. Oh, Katze. Katzengeist. So, links geht's nicht lang. Ach ja, hier hatte ich abgebaut und ähm... Ja, hier hab ich einfach reingekommen. Hatte ich ja gesagt, von wegen der ist nichts. Katzengeist. Böhö. Äh. Äh. Oh. Ich weiß nicht, warum wir... Was hier gerade... Wo sind wir hier? Aua. Äh. Wieso ist hier alles dunkel? Waren wir hier nicht? Es geht hier zumindest nach oben. Ja. Aber Scheiber geht es nicht raus. Dann sind wir woanders rein. Dann ist es schon wieder ein komplett anderes Höhlensystem. Gut, dass ihr euch nicht so leicht verlauft. Oh Gott, da kommt ein Feind von oben. Aua. Das hat mich gehauen, Mama. Ja. Oh. Haha, was war das denn? Äh, wo sind wir? Ich glaub... Äh. 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 Du bist vergiftet. Ja. Heile dich. Ich kann mich doch nicht abwaschen davon. Äh. Äh. Ernsthaft? W-wo geht es denn hier raus? Äh. 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 Wo sind wir? Okay, wir gehen... Ich glaube... Ja? Du glaubst? Ich glaube, wir gehen ein bisschen links halten? Und dann hoch? Links ist immer eine gute Richtung. Wenn man nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll, ist links immer gut. Aber ihr seid doch längserang vom Lager weg, oder? Nee, das sieht ganz gut aus. Hier hatten wir das erste Mal diesen Zilt gefunden. Oh ja, hier... Oh, warte, warte. Ihr hört doch zumindest schon mal Regen. Oh ja, ich glaube... Ja, das sieht gut aus. Hier sind so gute Pflanzen. Ja, 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 ja. Ja, das ist gut. Alter, was hast du für eine harte Waffe? Was ist das denn bitte? Komm direkt auf uns zu! Ich fang die Münzen ein. Sehr gut. Oh Gott. Warte, wo ich das Inventar zugemacht hab... Oh, was wird denn das? Nix! Wir sind alles gut. Sehr gut. Papa, wir sind zurück! Wie ich sehe, hast du fleißig... Ge... Ich hab grad anfangen, um zu sortieren den ganzen Nest. Ich schmelze mal den ganzen Scheiß, oder? Weil dann brauchen wir sicherlich in barren Form. Ja. Und dann können wir nämlich mal gucken... Ich mach mal auch schon mal gleich ein bisschen Glas. Oh Gott, können wir viel Glas machen. Glas. Das... Glassen Most. Oh, dauert das lange. Hm. Also ich schmeiß das mal hier in die Kiste alles, was wir an mären Erzen haben auch ein. Oh, ist so viel Mist in der Tasche. Ja. Ja. Die ist schon irgendwo rot hier, diese... Wir hätten nicht... Wir hätten, glaub ich, nicht den, äh... Tempel abbauen sollen. Na doch, Twiggy, wir müssen das eh noch mal aufbauen, damit Twiggy das alles ab... äh... lesen kann. Irgendwer hat hier nicht viel angepflanzt. Irgendwer hat hier geerntet, aber nicht angepflanzt. Das Weizen ist weg. Ah, das hab ich wegessen. Ja, 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 ja. Das Weizen ist hier nicht so wichtig, glaub ich. Da kann man bestimmt Brot draus machen. Ja. Aber wer fällt schon ein ganzes Nacht Brot essen? Wer will... Ich würde gerne überhaupt was essen. Ähm... Ich hab Baumwollfasern gefunden. Ja. Können wir die anbauen? Ihhh... Brauchen wir die? Weiß ich nicht. Für Klamotten bestimmt. Na, wir können... Baumwolle... Ich hab Baumwollsheets da. Dann pflanze ich einfach mal Baumwolle an. Übrigens, wir müssen anfangen mal den... das Scheiß zu essen. Das vergammelt alles in unserer Kiste. In unserer Essenskiste. Hm. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke! Overlaufen. So på den tiefen Lied. Und noch einer. Aufенオ tavalla. Untertitelung des ZDF, 2020